Er lasst sich in der Hüfte. So muss es sein. Das Stollenmesser zu tragen in Tradition. Drei, zwei, eins und bitte. Jetzt müssen Sie schon schneiden. Erlange mal alles. Was quasi die Platten nochmal zerteilt und wo man das raus sieht. Ich muss natürlich nochmal ganz kurz vorher zu der Frau, um die es heute alles sich in sich dreht. Haben Sie denn auch schon ein Stück bekommen? Da bitte. Da, 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 da. So, das ist das erste Stück. Riesenströtzels, Eier jetzt, ist alles Butter da?